Ahmet, ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir sind im letzten Part bei einer verunglückten Mission stehen geblieben. Ich habe soweit hier Touren freigeschaltet, indem man einfach an ein beliebiges Geschäft geht und die Schatzkarten kauft. Ich habe zwei Fotografien hier schon gefunden, das sieht man unten schon ganz gut. Da seht ihr die Fotografenabzeichnungen, wie man das nennen mag. Das Fotografenbild bedeutet ein Londoner Geheimnis, das man hier hinführen könnte. Also ja, das man für eine ruhige Schatzkammer braucht. Und ja, keine Ahnung, habe mir jetzt den ganzen Morgen damit hier die Zeit vertrieben, hier durch die Themse zu eiern. Wie soll ich sagen, die Blumen einzusammeln und natürlich auch Fundstück, eben die restlichen Fundstücke, die sonst noch von Bedeutung gewesen wären. Da finden wir leider nur noch zwei hier in der Themse. Und noch, was sind, also die Schatzkarten sind mir relativ egal. Noch, noch zumindest. Denn unser guter, was ist es, Jacob hat ein neues Inventar, in dem man alle Prügelstationen macht. Also, ja, alle Prügelstationen ist jetzt übertrieben, aber dann bekommt ihr ein Jahr der Drachen Stock durch. Der hat mir sehr gefallen, weswegen ich ihn auch direkt ausgerüstet haben wollte. Eben, sowas müsst ihr einfach alle machen. Hier persönliche Bestleistung, sechs Runden, das ist die maximale Länge, überall. Also, wenn ich sowas mache, dann mache ich es dann schon richtig. Und das hier sind die Rennen. Das hier habe ich glaube, noch nicht gemacht. Das auch noch nicht. Ähm, ich habe eher sowas hier gemacht. Ähm, nur hier. Oder auch hier oben. Kampfclub, beide Rennen. Weil man braucht die, äh, Rennen-upgrade. Also, das Rennen-upgrade. Was man erst später kriegt, wenn man genügend Punkte sammelt. Aber, ich möchte hier mal zum N hingehen und gucken, was die zu sagen hat. Und Kinder haltet, ja, die Schnauze, auch wenn es schön sonnig ist. Hey, warum müsst ihr immer, äh, vor der Hütte spielen? Gibt's keinen Spielplatz? Ich wusste, dass Sie kommen. Herzlich willkommen. Unsere Aufgabe ist, London im Gleichgewicht zu halten und alle Lieferungen über Straßen, Wasser und Gleise zu überwachen. Unser größtes Problem, die Bleiters. Schaffen Sie uns die vom Hals, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ähm, wenn Sie sichern, wenn Sie was Glitzerndes... Wenn es jetzt ein bisschen, äh, nervt oder wenn jetzt was, äh, lauter wird, tut's mir leid, aber ich geh mal das Fenster zumachen. Ist zwar unprofessionell, aber nervt, wie gesagt, wenn Kinder einfach in die Aufnahme reinkommen. Ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber ich denke, es ist auch nicht gerade sonderlich cool. Also, bis gleich. So. Wieder da. Ähm, das habe ich jetzt das erste Mal gemacht, weil es mich echt intensiv stört, wenn die reden. Ich mag es ja, wenn es glitzert. Wer mag es nicht, wenn es glitzert? Und was hat jetzt genau gewollt, überhaupt? Ist es da was erschienen? What's that? Zugüberfall? What? Das geht gleich aus, Kundschaften. Was, was da los ist? Geh mal weg. Ihr nervt. Ähm, komme ich hier oben durch, nach draußen? Nee, komme ich nicht. Ähm, jetzt muss ich nur noch hier rauskommen. Dann wäre ich noch so glücklich. Kann ich hier porten wenigstens. Ja, komm, sind wir sowieso näher. Ähm, also ich hasse den Bahnhof. Da komme ich nie mehr raus, nie mehr. Ich porte mich immer aus dem Bahnhof. Mal ganz ehrlich. Aber endlich ist die schöne Ruhe da, die ich vorhin so vermisst habe, wegen den scheiß Kinder. Pro tausende P erhalten Sie Fähigkeitenpunkte, die Sie für neue Fähigkeiten im Fähigkeitenmenü ausgeben können. Ähm, ja, ja, nur ist es jetzt nicht so mein Metier. Tut mir leid. Hm, habe ich noch was Neues sonst gekauft? Ja, ein paar Sachen habe ich ja noch verbessert. Und natürlich Missionen nachgespielt, die ich noch nicht 100% hatte. Was zur Hölle? Ach ja, da war ich da noch gar nicht. Ah, nicht wirklich. Ich habe zwar schon viel aufgedeckt, aber... Ah, erst einer von sieben Stück hier Illustrationen, aber... Nee. Hey, was ist denn das? Bootsüberfälle. What? Frachtdiebstahl. Und Mengen, neues Zeug. Okay, okay. Wenn wir schon gerade hier sind... Hallihallo. Wir machen im nächsten... Also im nächsten Ding... Wenn... Im nächsten Part... ...werden wir ein weiteres DLC anfangen, glaube ich. Falls es eins ist, ich schreibe es mal, aber nicht mit DLC an. Ich will es nur gesagt haben. Hä? Nö, 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 nö. Du gibst garantiert kein Laub von dir. Aha. Aha. Ja, wie will ich das entführen? Da habe ich jetzt mal voll die Arschkarte gezogen. Also, das war ein Satz mit X. War wohl nix. Wagen entführen. Lol. Okay, wissen wir. So macht man es nicht. Sind das Masseneignungen oder was? Oder ist das jetzt einfach was Neues dazu gekommen? Gut, aber der Diebstahl ist noch hier. Kriege ich jetzt nicht ganz auf die Reihe. Hä? Kann man also so viel mal so wiederholen, wie man will. Ähm, dann machen wir das doch. Hä? Kann ich bitte auf dich runterjumpen? Danke. Denn ich entführe jetzt euch mal einfach die Karre hier. Ja. Und jemand, der euch die Karre klaut. Was ist da eigentlich? Okay. Ja, das muss ja jetzt kommen, oder? Klar. Verpiss dich, Junge. So gegen mich anzugehen. Ich möchte ja nicht aus dem Gebiet. Meine Presse. Ich kann auch nicht schießen. Zur Hölle. Nee, 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 nee. Ich danke euch. Ich bin mal weg. Geschmeidig weg. Jaja, ich werde schon anonym. Aber erst, wenn ich will. Und nicht dann, wann die wollen. Ja, so muss das. So. Danke viel mal. Heilige Scheiße. So fliegt man. Und jetzt ist der, äh, was hat das jetzt mit? Frachtdiebstahl. Ja, okay. Gibt zusätzlich Kohle. Und Ned Winnert. Ach so, das ist von hier eben. Das heißt, wenn man alle abschließt. Was hat man dann denn erhalten? Also das ist nur sowas eben. Frachtdiebstahl. Frachtdiebstahl. Kommt sonst noch irgendwas, was irgendwie kreativer ist. Was ist denn das? Schmugglerboot. Wisst ihr was? Das checken wir auch noch gerade aus. Bootsdiebstahl. Frachtdiebstahl. Okay. Mal gucken, ob das auch noch auf deren Konto geht. Oder nicht. Ja, das muss ich auch noch ausfinden. Wie gesagt, ich habe nur die Hauptstory bis zur dritten Mission gemacht. Das alles andere habe ich jetzt mit euch gemacht. So nebenbei. Also ja, äh, die Kack-Nebenaktivitäten, dann sind wir in einem Jahr noch dran. Weil es war ziemlich viel. Ich brauch den ganzen Morgen nur für die Thameser und für Whitechapel und für London selbst. Hier, City of London. Hier, da fehlt mir eigentlich nichts mehr. Da eben, habe ich alles abgegrast. Hier fehlen mir nur noch 9 solche Stücke. Aber eben, die sind nicht angezeigt. Sobald die angezeigt werden, kein Thema. Kein Thema, sammelst die ein. Die Animus-Fragmente da. Auch die goldenen Truhen würde ich. Aber nö, ich habe ja die Truhen-Ding noch nicht gekauft. Von daher ist das schon in Ordnung. Ich glaube, das Einzige, was ganz voll ist, praktisch, ist das hier. Da fehlt mir aber auch nur noch eins. Weil es nicht angezeigt wird. Naja. Und drei, ähm, was sind das? Londoner-Legenden. Egal. Bootsdiebstahl. Ey, ich will da mal... Okay. Kannst auch so machen. Hauptsache, wir kommen rüber. Ähm, Alter. So wäre das nicht gedacht gewesen. Äh, lalalala. Wir schwingen uns einfach hier ein bisschen durch. Mache, äh, das habe ich heute auf der ganzen Temse schon gemacht. Bin einfach nur so durchgeschwungen. So, ich finde es ziemlich lustig. Und vor allem einfach geil, wenn du einfach von oben runter jampten kannst, wann immer du willst. Wo ist jetzt die Scheiße? Hier. Oh, sogar noch neben... Neben der Schatztruhe, praktisch. Okay. Dann geht's mal kurz ins Wasser. Hüpft über das Boot. Aha. Wenn ihr meint, das schaffen wir doch. Muss ich dieses Boot hier starten oder was? Stehlen. Ne, 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 ne. Soweit kommt's ja noch. Werd' ja noch schöner. Stehlen, hieß es. Und nicht gefangen nehmen. Und jetzt? Die Fracht markieren. Hä? Wenn die meint. Tschüss. Dann werden wir das tun. Kurz vor Ende noch. Ja, von mir aus. Dann komm runter. Du bist Stufe 7. Wie ich. Also passt's. Ich hab ja meinen Drachendorch. Siehste? Wie der einfach mal ab... geht. Mein Drachendorch. Okay. So markierst du den also. Tja, den hab ich gekillt und mit dem mach ich hier weiter. Tja, ich hab ihn noch gepackt, aber wie es weiter geht, sehen wir im nächsten Part, wenn es wieder ist. Also es ist ein Street Syndicate und wie gesagt, im nächsten Part mit dem neuen, ja, DLC oder Oder so. Oder so. Vielen Dank.